Ich habe ziemlich gute Neuigkeiten für besonders fanatische Pokémon-Sammler und damit geht es weiter zur Welt von Pokémon GO. Was sind denn diese besagten Neuigkeiten? Icognito bzw. Unown, wie die ganze Mannschaft auf Englisch heißt, wurde bereits gefunden. Ist allerdings sehr selten, wie man offenbar daran erkennen kann, dass es kaum Leute gibt, die darüber berichten, dass sie ein Icognito gefunden haben. Ja, sie existieren. Zumindest haben Leute in Amerika bereits eines gefunden. Ich lasse da mal ein paar Screenshots durchlaufen in der Arena mit Struggle-Verzweifler. Das Interessante ist, die haben sogar ganz akzeptable Wettkampfpunkte. Ich hätte eher so erwartet, dass die, ich sag jetzt mal, Spaß-Pokémon zum Sammeln sind mit WP100 oder so. Aber nö, die können eventuell sogar vierstellig werden mit einem akzeptablen Trainer-Level. Und wer eben diese Pokémon nicht kennt aus den anderen Spielen, das läuft folgendermaßen ab. Die gibt es von A bis Z mit Rufzeichen und Fragezeichen. Und jedes kann man einzeln fangen. Da hat Janjantik vor einigen Wochen die sogenannten Pokémon-Formen implementiert. Und so wird das dann eben auch bei Icognito ablaufen. Ich dachte nämlich am Anfang so, okay, Icognito haben sie dann doch nicht reingepatcht, weil die Medaille fehlt. Ja, es gibt keine Medaille, die im Charakterbildschirm besagt 0 von XY Icognito. Denn wir haben ja bereits herausgefunden, dass Jantik eine solche Medaille im Code hatte. Die wird aber anscheinend erst sichtbar, wenn man auch sein erstes Icognito fängt. Finde ich sehr interessant. Also, das bedeutet, wenn man, selbst wenn man irgendwann mal alle Joto-Pokémon hat, muss man noch, wenn man ein echter Sammler ist, das gesamte Alphabet, Mewtwo fast gefangen, Fragezeichen, Rufzeichen. Deshalb benötigt man eben auch Fragezeichen und Rufzeichen. Ja, im Hintergrund jetzt natürlich noch ganz frisches Gameplay direkt aus dem Ofen mit vielen neuen Pokédex-Einträgen. Ich dachte mir jetzt, solange das verlängerte Log-Module-Event noch läuft, schaue ich mal, sorry, wenn es schon wieder der Stadtpark ist, aber im Stadtpark vorbei unter anderem. Denn dort, besonders bei sechsstündigen Log-Modulen, geht einfach immer was ab. Was habe ich so bekommen? Noctur, Ladybar, Weberack, dann, ja, nicht besonderes, Hopspross, die Entwicklung davon, Hubelupf und das war's dann. Nein, das war's noch längst nicht, aber, ja, das, man muss sich auch ein bisschen überraschen lassen im Gameplay. Okay, währenddessen möchte ich jetzt häufig gestellte Fragen beantworten. Eine Frage, die ich jetzt in den letzten Stunden gefühlt 30 Mal gelesen habe, ist, woher bekommt man die besagten Items, um Entwicklungen wie Sichlor zu Xerox, Onyx zu Stahlos und so weiter und so fort durchzuführen? Die Antwort ist ganz einfach, bei PokéStops. Allerdings sind die so unfassbar selten, dass es bestimmt schon manche Spieler gibt, die 200 PokéStops gedreht haben und noch kein einziges Item besitzen. Eine gute Chance besteht, wenn man immer den täglichen ersten PokéStop dreht, weil da gibt's ja mehr Items. Und jetzt kann man's sogar so machen, aber da muss man um 0 Uhr, beziehungsweise um 23.50 Uhr in etwa spielen. Man dreht neun PokéStops um 23.55 Uhr. Wartet mit dem zehnten, da gibt's ja immer Bonus-Items. Und dreht den zehnten erst um 0 Uhr 1. Dann gibt's den Bonus durch den täglichen Bonus. Und den Bonus, weil zehnter PokéStop und das kombiniert, da bekommt man, ich weiß nicht, sehr, sehr viele Gegenstände. Und bei mir war sogar der Metallmantel eben bei einem Daily-Bonus mit dabei. Mittlerweile besitze ich schon noch ein zweites Entwicklungs-Item, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Da werde ich dann mal Sichlo entwickeln und Schanera eventuell. Okay, und dann geht es um die Würfe. Die sind ebenfalls ein sehr großes Thema momentan, auch bei mir. Ich bin da noch ein bisschen am Üben, vor allem die Pokémon, die ich nicht kenne, so von der Distanz her. Denn ich denke mal, das hat jetzt mittlerweile echt jeder bemerkt. Das Werfen hat sich vollkommen geändert. Besonders bei Taubsiso, da habe ich früher richtig hektisch gedreht. Mittlerweile ganz sanft, also wirklich. Da gehört so viel Fingerspitzengefühl dazu. Und nur wenige Millimeter. Wer zu weit nach oben wirft, dem empfehle ich, weiter unten am Bildschirmrand zu drehen, wo man es normalerweise nicht macht. Aber da kann der Pokéball ja auch weiter runter noch gehen. So weit unten am Display wie nur möglich. Man kann ein bisschen üben, und das mache ich auch manchmal, mit einer Hand. Also früher zum Beispiel konnte man niemals im Leben ein Golbat mit einer Hand fangen, ohne dass das Handy dabei irgendwie dreimal zu Boden gefallen ist. Zumindest ich konnte es nicht. Für Golbat, für Pokémon, die ganz weit entfernt waren, musste ich immer beide Hände verwenden. Mit der linken Hand halte ich das Handy, mit dem rechten Zeigefinger spinne ich. Ich habe mir den Handschuh, den Zeigefinger und den Daumen abgeschnitten, dass ich bei der Kälte eben auch... Ich weiß, es gibt spezielle Handschuhe, etc. Ja, aber da muss ich auch noch ein bisschen üben. Früher war ich sogar so weit, dass ich sagen konnte, wenn ich es darauf anlege, schaffe ich mit Ansage einfach fabelhaft. Aber mittlerweile, das muss man aber einfach wieder trainieren. Da gibt es sowas, das nennt sich Muskelgedächtnis, glaube ich. Und das Gehirn merkt sich so die Bewegungen, oder heißt das so? Ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches erzählen, auf jeden Fall. Die Würfe sind wichtig. Nicht nur, weil man dadurch 50 Erfahrungspunkte mehr bekommt, wenn man großartig trifft, sondern jetzt wird es noch intensiver. Durch großartig steigt hier die Fangchance dramatisch an. Und wenn man direkt beim ersten Mal großartig trifft und das Pokémon dann beim ersten Wurf fängt, gibt es ja diesen besagten neuen Bonus. Beim ersten Wurf direkt fangen, 50 Bonus-Erfahrungspunkte. Ja, und von daher ist es besonders jetzt noch wichtiger geworden, für Leute, die eben Erfahrungspunkte sammeln wollen, dass man mindestens großartig trifft. Aber wenn wir da schon beim Thema sind, diese neuen Begegnungsanimationen, von welchen Niantic da gesprochen hat, die machen Spaß. Von links und rechts und oben nach unten herumschwirrt. Und dann trifft man nicht so gut. Aber da gibt es jetzt der spezielle Bären, mit welchen man das Ganze ein bisschen eindämmen kann. Macht auf jeden Fall Spaß, zumindest am Anfang. Mal schauen, wie es nach 5000 weiteren Pokémon aussieht, die sich bewegen, als gäbe es kein Morgen mehr. Naja. Was gab es denn noch so? Moment, Kommentare. Dann eine ganz wichtige Frage von KevinXD. Niemand spielt dieses Dreck... Moment. Regie? Warum soll ich diesen Kommentar vorlesen? Dann will ich kurz auf die Lapras-Problematik eingehen. Lapras hat ja einige Wettkampfpunkte verloren. Mit diesem Update als einziges Pokémon, bei welchem sich die Wettkampfpunkte verändert haben. Mit der Generation 2. Da hat jemand geschrieben, Ich fühle mit dir. Meine 140 Kilometer mit Lapras in den letzten Wochen haben sich ja richtig ausgezahlt. Haha. Ja, das ist echt schade, denn Lapras hat mittlerweile so wenige Wettkampfpunkte, dass es in gut trainierten Arenen bestimmt immer ganz unten sitzt, nach Wettkampfpunkten sortiert. Und das ist, obwohl Lapras noch immer ziemlich stark ist, ein großer Nachteil. Jetzt meine Erklärung, warum die Wettkampfpunkte von Lapras erst jetzt geändert worden sind. Vor einigen Wochen oder Monaten, Wochen, wie auch immer, gab es große Änderungen bei den Wettkampfpunkten. Gengar hat ordentlich dazubekommen, Riteraus hat aber sowas von dazubekommen. Manche haben was verloren, Sazenia etc. Und das einzige Pokémon, wo die Wettkampfpunkte zu 100% gleich geblieben sind, war Lapras. Und ich kann auch sagen, warum ist zwar nicht offiziell, aber das leuchtet, denke ich, mal jedem ein. Genau zu diesem Zeitpunkt, als die Änderungen stattgefunden haben, gab es das große Lapras-Event in Japan, in der Toroko-Region, wo, wer das nicht kannte, da gab es, übertrieben gesagt, Lapras wie Radfratz. Also Japan und haben folgendes geschrieben. Ich weiß, das versteht jetzt wahrscheinlich niemand, deshalb lese ich es kurz vor. Woshina, Mitsubishi, Kawasaki, Lapras, Yamaha, Lapras, viele, viele Lapras, Toyota, Toyota, Mitsubishi. Und das sind wirklich manche Pokémon-Fans extra von Europa, von Amerika, von wo auch immer nach Japan angereist, um Lapras zu fangen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie bitter das wäre, wenn jemand, keine Ahnung, wie viel Geld für so ein Ticket nach Japan ausgibt, um sich ein 3000er Lapras zu holen und dann sagt Niantic so, hahaha, nein, minus 500 Wettkampffunkte, ihr Noobs, das habt ihr nun davon. Das wäre ja echt, das wäre hart gewesen, das hätten sie nicht machen können. Und man muss zugeben, dass Lapras ziemlich, ziemlich stark ist. Trotzdem schade irgendwie so, dass sie das, naja, wie auch immer. Ich werde jetzt auf jeden Fall Lapras nicht zum Buddy ernennen, das war mein Plan. Wenn jetzt mal die Relaxo-Army soweit ready ist bei mir, wollte ich mit Lapras um die Häuser ziehen, da muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen. Vielleicht bleibe ich einfach bei Relaxo und fertig. Oder ich nehme Visor, das neue Taubsi. Wieso? Visor. Okay, dann würde ich mal sagen, war es das wieder mit ein paar Infos zu Generation 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop. Boop.